Christoph Weiz hat mal gesagt, eigentlich träumt jeder Schauspieler von Hollywood. Irgendwas mache ich falsch. Hallo? Ja, Meier von der Bühnenfahrt, der Frau von Gutzelt, wo sind Sie denn? Wieso? Die Vorstellung beginnt heute um 19 Uhr, Sie hätten vor 10 Minuten da sein müssen. Ja, ich bin sofort da. Ich muss nur noch... Da kommen gerade irgendwie... Ich glaube, ich... Oh Gott, ich... Frau Gutzelt, bitte zum Auftritt. Frau Gutzelt, bitte. Und ein Schiff mit acht Siegel... Frau Gutzelt, zum Auftritt bitte, zweite Szene, Frau von Gutzelt, bitte. Es war die Nacht, die Galtung... Text? Hanna, du bist eine schlechte Schauspielerin, wie du stinkst aus dem Mund. Frau von Gutzelt, im Auftritt wird jetzt meine Szene drehen. Wird liegen. Frau von Gutzelt, das wäre ihr Auftritt gewesen. Das war die Schauspielerin, wie du siehst. Ich bin so cool! Ich bin so cool! Yes!